In einem ganz bekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war ein Busfahrer sehr bekannt, von dem sprach alles weit und breit. Und dieser Fahrer, den ich meine, der heißt Meier, dicker, frecher Fahrer namens Meier. Meier fährt durch seine Welt, zeigt uns das, was ihm gefällt. Wir treffen heute unseren Fahrer namens Meier, dieser dicke, freche Fahrer Meier. Meier, alle lieben Meier, 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 erzähle uns von dir. Wenn ich in einem Stau drin stehe, an einem wunderschönen Zahn und nicht so viele Busse seh, denk ich an einen, den ich mag. Biene, Busfahrer. Unglaublich, oder? Meier erfährt durch seine Welt, zeigt uns das, was ihm gefällt. Biene, Biene. Das ist nicht lachen. Biene. Ich komme da dran. Biene, pass überhaupt nicht. Meier. Meier, erzähle uns von dir. Biene. Meier. 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 Meier.